Hallo, ihr stylisch mutigen, echten, draufgängerischen, nervenkiezeliebenden Beschwörer. Die Bewerbungsphase der Rollakademie mit Samira neigt sich dem Ende, aber bislang hat das letzte Sandkorn nicht die offene und enge Verbindungsstelle passiert und befindet sich mit noch zahlreichen sandig knirschenden, sanft rieselnden Sandkornkollegen im oberen Kolben der Sanduhr. Entspann dich, Schätzchen! Aber ihr, die ihr tapfer taktische Tastaturtitanen seid, wisst, dass die Zeit immer mehr dem Endpunkt der Bewerbungsfrist gleicht. Also schlagt euch bis dahin in der Kluft wacker weiter, während ihr voller enthusiastischem Eifer eurer möglichen Aufnahme in der Rollakademie entgegenfiebert, bevor der harte Studienplan euren Tagesablauf gliedert. Wenn ihr euren Rivalen ein Dorn im Auge seid, wenn ihr locker aus dem Handgelenk mit links mehr Glut als ein ausbrechender Vulkan speit, wenn ihr sie bezwingt und dabei stylisch GG Easy-Like am Leben bleibt, dann erstens bewerbt euch und zweitens seid bereit. Oh, du siehst vielversprechend aus. Dies ist der letzte Aufruf zur Rollakademie mit Samira. Der Countdown hat begonnen und die nächste Phase des durchaus harten Bewerbungsprozesses wird bald eingeläutet. Freut euch auf weitere Informationen und vergesst nicht, lieber brutal als normal. Rollakademie 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 Rollakademie